Das ist noch interessant. Weisst du, das ist irgendwie normal. Du hast schon Kühe gestreichelt und so. Das ist ein Film. Das ist ein Film. Du bist scheitert ein Fütchen. Und auch für sie ist das ganz speziell. Aber darum, es denkt jeder auf eine Farm ein wenig aufwachsen. Ein bisschen. So wird es doch super aufwachsen. Das ist auch eine gute Kirchener der Mannschaft darin. Ich deploy es einen Traffic.